B.I.D.S in the back in the back Wir versuchen natürlich jetzt inrunning the first στο Ich kann eigentlich sofort mitkommen ich kann ein Team zieht flach Warte hier, achso du hast ne Pickel schon Ich nehme jetzt mal das Gold das ist der Gegner der hier schon saven will Noh, dann gehst du zu gelb und Red ja gelb hat auf jeden fall drei gold so viel ist safe jetzt muss ich schützen jetzt ist hier jeder in der mitte alter so kann sein dass rot gleich zu uns kommt weiß ich nicht ich bin daheim ich habe den first war schon mal ordentlich rot meint den weg zu spriegen okay er kommt nicht hinterher um die kill zu geiern es blieft den weg er steht einfach vor der base zwei freekills stehen vor ihm was macht er es blieft einfach den kompletten weg er geht weiter zurück er geht einfach alleine jetzt trotzdem zu blau und hat verlassen ja soll ich den blauen erst mal aus der roten base holen weil ich glaubt er ein bisschen gold ich versuche es mal ich bin jetzt gerade vor blau er will den gleich mitteltrick bei mir machen so viel dazu kommen also ich habe den blauen okay alter können sogar noch eine runde hängen so schnell wie die gegen alter dann würde ich sagen sehen uns gleich in der nächsten runde wieder bis gleich und willkommen in der zweiten runde immer noch mit dabei so gleich mal gucken oh gott wir haben wir haben klären dabei also ne team grün könnte gefährlich werden ich weiß nicht dann schwitzen jetzt einfach noch mal ja schwitzen das mache ich gern aber ich glaube die teams komplett okay der ist ein bisschen noch unsafe im inel der hat komplett straight in die mitte gezogen ich gehe mal gleich zu grün durch ja pass auf der hinter dir hat die viel gold nice turn alter wahrscheinlich alter ey der war ist ein one hit alter hätte ich den jetzt bekommen hätte ich das bett gehabt schade aber okay grün hat sie muss kein gold das ist schon mal sehr wichtig nicht dass sie nachher klaren kenne ich aber sogar ja ich kenne den auch aber ich dachte dass er hat er schon hat der schon gesaved oder ja wahrscheinlich hat jetzt aber er hat nicht er hat keine vier glaube ich wahrscheinlich was als ob junge der lord khan hat mich auf jeden fall gut gemacht kann sein dass einer kommt also einen hatte ich jetzt eben geholt ich weiß nicht ob noch einer kommt also einen zweiten habe ich da jetzt nicht gesehen aber so gelb hat auch gold okay ich glaube wir sollten auch mal sagen oh man dann war es das hier jetzt wohl an dieser stelle mit der kein gold challenge mit der first rush crew grün hat schon wieder gold der hat mir jetzt das gold gestolen drei gold habe ich ich selbst die schon mal müssen sie ja nicht benutzen wenn wir es ohne geschaffen auch gut aber da ja wir gucken mal soll ich jetzt mal schön ob weg zu grün hunde designer what the fuck und dann falsch geschrieben die siegen ja was soll ich kommen oder schaffst du 83 prozent ich finde dass wir diesem bett abbauen probt diese prozentzahl ist schon an und für sich geil aber man ärgert sich umso mehr wenn wir uns nicht schafft wenn man weiß wie sehr das mit abgebaut wurde ist das ärgerlich alter 83 mal so gabe hat jetzt einen bogen und macht ja den mit dem zick 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 nado der eine war wieder one hit und dann kommt der andere jetzt eigentlich die spammen aus der mitte ne er spammt nur von seiner zwischen base da aber ich hab den schon da grün mag es anscheinend zu kill zu sterben okay ich habe auch beide gelben schon so kann der echte den eroberer der wird schwierig ja so schnell also der baut halt richtig langsam aber der hat mir gerade nice move gegeben muss man ihm lassen so letzter gegner jetzt jetzt wird es schwierig schafft er es oder schafft er oder hat equipment nice und kriegst du muss ich gucken ja ausgetrickst da habe ich mir low ground verschafft da haben man okay ich würde sagen das waren zwei schöne runden schaut beim lieben tim vorbei macht auf jeden fall auch nice videos und ja hast du noch was zu sagen ne hat mir spaß gemacht man sieht sich genau ja dann würde ich auch sagen bis zum nächsten mal und schönen video bis zum nächsten mal 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 Vielen Dank.